Im Gemeinschaftsgarten arbeiten die Nachbarn, denn er gehört allen. Er macht die Kommunikation zwischen den Nachbarn möglich. Denn sie treffen sich im Garten, lernen zusammen, wie man im Garten arbeitet und tausen will aus. Viele Anbauentechniken sind Wassersparen. Regenwasser wiederherstellen, Kompost machen und so weiter. Sie sollen die Umwelt respektieren, das heißt ohne Chemikalien arbeiten.